Der Prolog von Ochrit vom 5. Oktober Gedenken Die heilige Märtyrerin Charitina wurde schon als Kind zur Weise und von einem angesehenen Christen namens Claudius adoptiert, der sie wie seine eigene Tochter erzog. Charitina war sanftmütig, demütig, gehorsam und still. Sie studierte das Gesetz Gottes bei Tag und bei Nacht und gelobte, ihr Leben in Jungfräulichkeit zu verbringen als eine wahre Braut Christi. Da Charitina auch andere zum Glauben führte, erfuhr Dometheus, der Stadthalter Dometians, von ihr, schickte Soldaten, um sie von ihrem Ziehvater abzuholen und zum Verhör zu bringen. Der Richter fragte sie, ist es wahr, junge Frau, dass du eine Christin bist und andere zu diesem ehrlosen Glauben verführst? Charitina antwortete, es ist wahr, ich bin eine Christin, doch es ist eine Lüge, ich würde andere verführen, sondern ich leite andere auf den wahren Weg, indem ich sie zu meinem Christus führe. Der boshafte Richter verurteilte sie. Ihr Haar wurde geschoren und glühende Kohlen auf ihrem Haupt angebracht. Doch sie wurde durch Gottes Kraft gerettet. Man warf sie ins Meer, doch Gott rettete sie wiederum. Man band sie an ein Rad und begann es zu drehen, doch ein Engel Gottes brachte das Rad zum Stillstand und Charitina blieb unversehrt. Dann schickte der boshafte Richter einige verdorbene Jünglinge zu ihr, die sie schänden sollten. Die heilige Charitina, die diese Entehrung fürchtete, betete zu Gott, ihre Seele zu empfangen, bevor diese Wüstlinge ihren jungfräulichen Leib beschmutzen könnten. Während sie im Gebet kniete, verließ ihre Seele ihren Körper und ging hinüber in das ewige Reich Christi. Der heilige Hieromertürer Dionysius, Bischof von Alexandria. Er war in Alexandria als Kind angesehener heidnischer Eltern geboren worden. Er wurde in griechischer Philosophie ausgebildet und studierte dann bei Origenes. Als junger Mann las er die Briefe des Apostels Paulus, kam zum Glauben an Christus und wurde von Dimitrios, dem Bischof von Alexandria, getauft. Im Jahre 247 wurde Dionysius Bischof von Alexandria und diente Gott und dem Volk Gottes als wahrer Hürde unter sehr schwierigen Umständen. Äußerlich wurde die Kirche von Heiden verfolgt, während sie innerlich von Heretikern durchsetzt war. Außerdem dezimierte eine Seuche mehrere Jahre lang die Bevölkerung. Dionysius lebte von Gläubigen versteckt gehalten, drei Jahre lang außerhalb von Alexandria, damit er nicht vor der Zeit getötet würde. Während dieser Zeit schrieb er viele Briefe und andere Abhandlungen für seine Herde und erwies und ermutigte sie darin, die Otroxie zu bewahren. Unter seinen Schriften sind mehrere Kanones, die die Kirche annahm. Sein Brief gegen Novartian wird gleichfalls als kanonische Schrift betrachtet. Er leitete die Kirche 17 Jahre lang und entschlief im Jahr 265. Der Gottgeweihte Evzokimus von Vatopäzi Als im Jahr 1841 das Osarion, Beinhaus von Vatopäzi, restauriert wurde, fanden die Arbeiter die Reliquien eines Mannes in kniender Position. Er hielt eine Ikone der allheiligen Gottesgebärerin in seinen Händen, die an seiner Brust ruhte. Ein wunderbarer Duft ging von diesen Reliquien aus. Da die Mönche nicht wussten, wer dieser heilige Mann war und wann er gelebt hatte, gaben sie ihm den Namen Evzokimus und brachten seine Gebeine zur Kirche, wo sie bis zum heutigen Tag blieben. Viele Heilungswunder geschahen über diesen Reliquien. Auch jetzt noch kann man diese Worte lesen, die in seinen silbernen Sarkophag eingraviert sind. Dieser Sarkophag ist für das ehrwürdige Haupt des heiligen Evzokimus von Mönch Gabriel angefertigt worden, den der Heilige von schwerer Krankheit beheilte. Die Gottgeweihten Damian, Jeremia und Matfey waren Seher und Wundertätige im Kiewer Höhlenkloster und lebten im 11. Jahrhundert. Lobeshymne Die heilige Märtyrerin Charitina Die gematerte Charitina, mit Blut bedeckt, betete auf ihren Knien zum Allerhöchsten Gott. O Allerhöchster, Allbarmherziger, mein Schöpfer, zähle auch mich zu deinen Märtyrern. Süßer Jesus, du littest für mich am Kreuz und nun wünsche ich, für dich zu leiden. Sei deiner Jungfrau nahe, o Erlöser und schütze mich, damit mich die Bösen nicht besudeln. Besser, wenn sie meinen Leib mit grausamen Feuer verbrennen würden. Besser, wenn sie ihn im Azurnenmeer versenkten, als ihn zu entweihern durch eine schändliche Tat. Vor den Engeln im Himmel und den gerechten Heiligen. Der Herr tat gemäß Charitinas Gebet und nahm sogleich ihre Seele ins Paradies auf. Betrachtung Wann immer Menschen ernsthaft danach streben, die Wahrheit zu suchen und nichts vor der Wahrheit bevorzugen, naht sich Gott in seiner Güte und begegnet ihnen. Dies kann man am Leben des heiligen Dionysius von Alexandria sehen. Schon als junger Mann und noch Heide las er die Literatur Griechenlands um zur Wahrheit gelangen. Da er in diese Lektüre jedoch nicht zufriedenstellte, begann er alles zu lesen, was ihm in die Hände fiel. Eines Tages traf er durch Gottes Vorsehung einer armen Frau, die ihm anbot, ihm einen Band mit Abschriften einiger Briefe des heiligen Apostels Paulus zu verkaufen. Voller Freude kaufte Dionysius den Band und las die Briefe. Sie nahmen ihn dermaßen gefangen, dass er die Frau ausfindig machte und sie fragte, ob er noch irgendetwas ähnliches von ihr bekommen könnte. Die Frau schickte einen christlichen Priester zu ihm, der ihm sämtliche Briefe des heiligen Paulus gab. Dionysius las sie alle mit Sorgfalt durch und kam zum Glauben an Christus. Ohne das geringste Zögern empfing er die Taufe. In Arsinoe hatte die Heresie des Chiliasmus Fuß gefasst, die die falsche Lehre verbreitete, Christus würde bald kommen und auf der Erde ein irdisches Königreich gründen, das tausend Jahre wehren würde. An der Spitze dieser Heresie stand ein gewisser Korakion. Ein Schüler des Nepos von Arsinoe. Dionysius war in Sorge und begab sich nach Arsinoe, um die Chiliasten aus ihrer Täuschung zu holen und die Ausbreitung dieser Heresie unter den Gläubigen zu beenden. Bei einer großen Versammlung von Chiliasten und Orthodoxen diskutierte Dionysius mit Korakion und anderen Führern der Chiliasten. Die Debatte dauerte volle drei Tage. Seht, welchen Eifer die Christen früherer Zeit aufbrachten, um die Wahrheit ausfindig zu machen. Und Gott segnete die ihre Mühen und ihre Eifer aufgrund der Gebete des heiligen Dionysius. Am Ende der Debatte verwarfen Korakion und seine Anhänger ihre falsche Lehre und akzeptierten die orthodoxe Lehre des heiligen Dionysius. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Reue des Königs Manasseh und Gottes Vergebung. 2. Chroniken, Kapitel 33 Wie Manasseh, als er als Gefangener im fremden Land lebte, seine Sünde anerkannte und bereute und Gott um Vergebung anflehte. Wie Gott ihm vergab und ihn aus der Gefangenschaft befreite. Wie Manasseh danach bis zu seinem Tod tat, was Recht ist vor dem Herrn und den Frieden regierte. Homilie Über das Gute, das gezeigt wird Viele sagen, wer zeigt uns das Gute. Psalm 4, Vers 7 Wie gut ist Gott, meine Brüder! Welche Worte können seine Güte zum Ausdruck bringen? Groß ist der Schatz des Guten im himmlischen Reich mit den flammenden Engeln, den wundervollen Heiligen und der Süße des Paradieses. Wer kann zum Ausdruck bringen, wie gut dies ist? Unsterbliches Leben in der Nähe Gottes und seiner Engel, in der Gemeinschaft der Heiligen und Gerechten, ist ein großes Gut. Die Begegnung mit unseren Verwandten und Freunden in der himmlischen Welt, mit unseren Eltern, unseren Kindern, denen, die uns dem Geist nahe waren und die uns bei ihrem Tod in Kummer und Klage gelassen haben. Dies ist ein großes Gut. Wer zeigt uns das Gute? Das war die Frage, die in der Zeit des Königs David häufig gestellt wurde und auch heute noch gestellt wird. Wer wird es uns zeigen, damit wir glauben und hoffen können? Dieses Gute wird uns von Christen gezeigt. Und wir warten auf keinen anderen, der es uns zeigen könnte, als auf den Herrn Jesus, den wahren Zeugen all dieses Guten und dessen Besitzer. Der mitleidvolle Herr zeigte es uns und vor seiner Ankunft auf Erden wurde es durch seine außerwählten Propheten gezeigt. Der Prophet David sagte zu Gott, Gezeichnet ist auf uns das Licht deines Angesichts. Dies ist die Antwort für jene, die fragen, wer zeigt uns das Gute? Gott selbst hat uns dieses Gute gezeigt. Das Licht des Angesichts des Herrn ist auf uns gezeichnet. Es ist eingeschrieben, eingraviert in unsere Herzen und in diesem Licht gelangen wir dazu, all das Gute zu kennen, das nur der Himmel geben kann. Gibt es für diejenigen eine Arznei, meine Brüder, die von der Ankunft Christi auf Erden gehört haben und immer noch fragen, wer zeigt uns das Gute? Wenn Christus nicht durch seine herrliche Geburt und seine Wunder, seine Auferstehung und seine Kirche alles Gute gezeigt und offenbart hätte, dann würde die Erde es in der Tat nicht zeigen, denn sie vermag dies nicht zu tun. Menschen werden es nicht zeigen, denn sie kennen es nicht. Es gibt eine Arznei für jeden, selbst für den unverbesserlichsten Ungläubigen. Diese Arznei steht bis unmittelbar zum Augenblick des Todes zur Verfügung. Diese Arznei ist die Reue über die eigenen Missetaten und die Reinigung des Herzens und die Erfüllung der Gebote Christi. Die Gesunden können das Licht des Angesichts Gottes sehen, aber nicht die, die in der Seele krank, im Herzen unrein oder im Geist ürigen. O Herr, unser Gott, Licht der Engel und Menschen, hilf uns, dass wir nicht durch unsere Sünde das Licht verdunkeln, das du uns gegeben hast und in dem wir die guten Dinge des Himmels sehen. O viel Erbarmender, verwehre uns nicht diese Güter. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.